Wir suchen Verstärkung. Sie arbeiten gerne im Team. Sie machen ihr Ding, ich mach meins. Und jetzt verschwinden Sie aus meinem Büro. Ich bin nicht Ihr Freund, Volker. Herr Kossig ist noch unterwegs. Der sitzt in seinem Büro. Sie können Konflikte gewaltfrei lösen. Hauen Sie mir doch eine rein. Warum geht ihr zwei nicht einfach mal raus und schlagt euch gegenseitig den Schäle ein? Lecken Sie mich am Arsch, okay? Nein. Sie sind eine alte Mistsaufhaber. Du gehst mir auf den Sack. Sie sind psychisch stabil. Ich philosophiere mit einem Pädophilen darüber, wie schön es ist, mit einem Kind zu schlafen. Dann sollten wir doch vielleicht jetzt alle Pillen schlucken und regelmäßig durchdrehen. Das macht mich geil, Frauen zu vergewaltigen, während ich sie erwürge. Ich bin nicht bei Ihnen, das ist echt die größere Macke. Mein Psycher hat mir Atemübungen beigebracht und Schlagzeug. Sie bleiben auch in Stresssituationen ruhig. Gehen Sie raus! Macht einen Scheiß doch alleine. Manchmal, da könnte ich Sie. Ja. Da sag ich dazu. Dann sind Sie bei uns genau richtig. Ja. Schicken Sie uns einfach Ihre Bewerbung an. Du interessierst uns nen Scheiß. Ja.